Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part, Final Fantasy 7, Reunion, Crisis Core, Sec, äh, ne? Und so weiter und so fort, ähm... Ja, was machen wir denn mal? Das ist auch schon Stufe 3, ne? Okay. Äh, was haben wir denn hier noch? Da war nichts mehr. Also sollen wir mit Sephiroth reden, ne? Gut, dann machen wir das mal. Oh! Hey! Ihr... Okay. Mhm. Tja. Naja, macht dir nichts draus. Da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Ja, da ist er ja. Oh, cool. Ja, 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 ja. Hm? Okay. Okay. Das sieht immer noch gleich aus. Oh. Äh. Ergebnis Boni. Jetzt, da Zack zu einem Rang 1 Soldaten befördert wurde, erhält er nach jedem Kampf eine Bewertung. Je nach Kampfergebnis können regeneriert werden. Denke mal und kämpfe also an deine Bewertung. Kein Scham. Besiege alle Gegner, ohne Schaden zu erleiden. Perfektes Blocken. Blocke alle Angriffe und gewinne den Kampf. Besiege die Gegner mit einer Limitrausch-Technik. Äh. Ja. Ja. Oh. If you have any questions... If you have any questions... Moment, Mails. Weiß. Achso, hier, Tutorials, ne? Nein. Und hier. Okay. Oh, ne neue Mail von Shinra. Na gut, ich speichere erst mal. Können wir gleich immer noch vorlesen. Äh, hier. Personal, Sache 0103. Folgende Personen sind im Dienst für Shinra gefallen. Oh. Ain, Angeel. Und Genesis. Ups. Na, das ist natürlich, äh... Ja, was soll ich sagen, ne? Hm. Schon irgendwie komisch. Wo soll ich denn jetzt hin? Kehrens. Achso, hier. Bist du sicher, dass du schon genug zur Materia-Fusion gehört hast? Ja. Ist in Ordnung. Ja, ich stehe vor der Tür. Ich wollte gerade, aber ich wurde aufgehalten. Ach, ich stehe gar nicht vor der Tür. Okay. Na. So, da bin ich wieder. Ja. Äh. Mhm. Okay. Okay. ... um sie zu töten? Ein Intruder! Wo? Close. Sephiroth, Präsident! Zack, Entrance! Ja, du hast es! Okay! Yep! What the? It stopped? Hm. Soldiers are here! Thank goodness! Uh-huh. Hurry up! And deal! That? Whoa! What is this? Activating combat mode. Conflict resolved! Got him! Oh yeah! Thank you! What was that? What? You don't know? That was an intruder neutralization, Mac. So why was it attacking employees? It just went berserk. For reasons unknown. There are other stations. So deal with them. Yeah, good. Machen wir. But I was ordered to go to the entrance. Druid. Wooden! Ah! Da! A scream? I'm coming! Stay back! Okay. Activating combat mode. Made it! Made it! Later! Made it! Got him! Is that resolved? Yeah. You're not with soldier, right? What are you doing here? Well, the science department was... Okay. Klar, natürlich. Schweigegeld ist hier, aber... Das schmeckt aber ganz gut, ha? Das Schweigegeld. Oh, ja. Oh, ja. Okay. Hm. Okay. Cool, danke. Okay. Entrance. Hier sieht's ja schlimm aus. Ich glaub, das hätten wir eh nicht beheben können. Ist das, was Genesis ist doing? Ja. Activating combat mode. Na, komm, ja. Complete resolved. Mhm. Damn. They're swarming us. Yep. Activating combat mode. Ich haz ihn. Nein. Ich fasse ihn. Ich fasse ihn. Woah, du bist. Ich fasse ihn. Ich fasse ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Hier we go! Go, go, go! Break that! Break that result! Oh, yeah! Okay. Hm. Sephiroth! The intruders are Genesis copies! Yep. There is no doubt. This is Hollander's doing. Who is that? A Shinra scientist who stole the copy tech, then vanished. Mm-hmm. Who left? Okay. There ya. The copies have been cited in Sector 8 as well. Let's go. Jup! Aber du bist auch einer von den Bösen, also von daher. This is bad! We should split up. Jup! Is not no. Mhm. Ah, noch einer von den Turks. Hm. Ich erinnere mich von den Turks. Hm. Ich erinnere mich von den Turks. Ah! Ach, ja. So now we're outsourcing to the Turks. Soldiers being stingy. There's a manpower shortage. Done. Hm. You're a Turk too? I'm Sisney. Ah, ja. Moin. I'm Zack. Pleasure to meet ya, Zack. Aren't you on assignment? Mhm. Same objective. Need some help here? I appreciate the offer. Oh, how generous. Well. Sung. Zack. I gotta go. Okay. Ah, Sisney wurde der DBW-Matrix hinzugefügt. Neuer Limitrosch verfügbar. Jaaa, dann ähm. Wollen wir mal. Ja, gehen wir mal weiter. So, rechts ist was. Na komm mal, ja. Gibt immer noch nicht, ne? Ja. Ich sollte mal die anderen beiden Dings belegen. Mhm. Mhm. Ja, ja, Aerith. Aerith. Das wird Aerith sein. Aber. Ne. Ausrüstung. So. Was wollen wir hier rein machen? Nehmen wir mal ein bisschen Feuer mit. Hm. Eis und Blitz hab ich noch, ne? Hm. Ich nehm wir am Edeka. Ach. Oh. Ich bin. Oh. Oh. Dankeschön. Oder war sie das? Oh. Ah. Aha. They're copies. Activating combat mode. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Yes. 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 Das war's. Okay. Hm. Oh, wow. Selbst die haben Flügel. Hm. Irgendwie schon. Tja. Aber nicht solche. Hm. Wings symbolize freedom for those who have none. They don't symbolize monsters. Impressive, soldier first class. You've got skill. Well, unlike the Turks, fighting's our main thing. Here, a little gift for helping me out. Oh, okay. Okay. I'm off to the next job. You've got something too, right? Yeah, I do. Until we meet again. Okay. Bye. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So it's search and destroy? The army is mobilizing, but there's still time. Hmm. You and I will find them before they do. And? And what? Fail to eliminate them. For real? Yes. For real. Awesome! We're gonna fail. Schwierig. Schwierig. Ich vertraue sehr viel darauf immer nur nicht. Alleiner schon wegen dem Originalteil Final Fantasy 7. Na ja. Nice. We're gonna erstmal speichern. Hm? Mhm. Tia. Is that Angel's face? Yeah. Mhm. It appears Genesis isn't the only one who can be copied. Hm? The company training room. Hm? We used to sneak in there for fun. When the seconds were out. Genesis. And Gio. And I. You guys were pretty tight. Hm. I wonder. Rückblende. Nein. Tricky. Jetzt nicht. Ah, yeah. Oh, that's he even knows. Hm. You remember. How can I not, when you've beaten it into my head? Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah! Ah, so ist das noch. Ja, das ist das nicht. All hail Sephiroth. Angeil, stay back. Ah, das ist doch schon. Tricky! Nein! Komm her! Ja, einen Moment! Jetzt muss ich schon die Tür aufmachen. Ich bin doch am aufnehmen, deswegen. Ja. Ich hatte gedacht, du wärst schon längst drinnen. Ja, Tricky. Na, ein bisschen weiter weg von der Konsole. Ich mein den Hund. Tricky. Ja, ich glaube, da ist kein Hero. Ach ja. Wenn die beiden übertreiben. Oh, sein Team. Aha. Oh. Ein bisschen übertrieben, ne? Ah ja. Da zeichnet er sich schon was ab. Natürlich muss er noch mal jemanden rezitieren. Natürlich. Natürlich. Tja. Honour, etc. One of those, huh? So it's true. They're in league with Hollander. How could this happen? Tja. Angeo, what are you up to? Where are you? Das sind alles gute Fragen. Na gut, erstmal E-Mails lesen, ne? Wir haben grad ganz, ganz viel, ne? Äh, erfahren, aber E-Mails sind wichtiger. Äh, hab mir Loveless angeschaut. Genesis soll gefallen sein, als ob. Starker Tobak, wenn du mich fragst. Ich hab mir heute die Aufführung von Loveless angeschaut. Genesis war ja vollkommen begeistert davon. Klassische Dramen sind eigentlich nicht so meins, aber doch ganz gut. In der Urfassung ist ein Typ der Held, doch die Inszenierung setzte die Frau, die ihm zur Seite steht, in den Mittelpunkt der Handlung. Am meisten hat mich das Ende berührt. Der Typ sagt zu seiner Gefährtin, selbstverständlich komme ich zurück. Denn ich weiß, dass jemand auf mich wartet. Auch wenn wir uns nichts versprechen. In der Szene habe ich Rotz und Wasser geholt. Ah ja. Das ist eine sehr, sehr interessante E-Mail. Und das andere sind nur Tutorials. Okay. Okay. Ah ja. Warte. Okay. Hm. Gucken wir mal an die Ausrüstung. Hm. Na, noch nicht wirklich wieder was dabei, ne? Okay. Dann wollen wir mal. Ah ja. Dann mal an die E-Mail mit Sie, Neh, nehmen wir das. Ein bisschen OP, aber in Ordnung. Oh! Hollander's Laboratory is right down this way. It's a private. We may find leads on NGO. Alright. Na dann. Let's go. Activating combat mode. Com- Naja. Oh yeah. Dann ebenso. Activating combat mode. Ah. Ah, wir müssen da runter, okay. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah! Ja! Activating combat mode Ach komm Nein! Verdammt, ich hab nicht auf die Ebene links geachtet Ja, komm Ist in Ordnung Diesmal kriegen wir es hin Na dann Da sind wir auch schon Ah, das war so klar Da unten, ne? Ja, mach ich Warum sollte er auch selbst gehen, ne? Wie komm ich denn eigentlich runter? Ach Map hab ich auch nicht Ach Ach, da lang muss ich Okay Zack Benutz die Leiter Ah, jetzt kommen wir hier lang Ah ja Können wir uns ja kurz mal ein bisschen heilen Und ich glaub, ich leg mal die Dings anders Ähm So Genau Genau, dann machen wir das da hin Das kann da bleiben Äh Machen wir das denn Ah, da Ach Ach Hat er gleich gewechselt, oder wie? Okay Sollen wir da? Ach das Übliche Ach stimmt, das hatten wir ja auch noch Ui Wie? Okay 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 Ja, komm Davon können wir nochmal ein paar mitnehmen Okay Okay Schauen wir mal Ah, ich glaub so langsam geht's Speichern wir mal eben und ich gucke nach Jut Jut, das reicht erstmal für das Erste Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder Bis dann Bye Bye Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017